So, ja jetzt, komm! Oh shit, boom! Hey, hier ist der Michis, ich bin's. Der Marc, der B-Mac. Mit Webcam, wie ihr seht. Die Grafik ist so schlecht, dass sie so nicht mehr ausmacht, wie meine Fresse sieht. Wir spielen No Mercy, das beste Wrestling-Spiel, für viele Fans im Fall das beste Wrestling-Spiel, das sie hat. Die neue sind auch nicht schlecht, aber ich finde es einfach geil. Ich spiele auf dem Emulator, aber das Ding irgendwo im Dachstock kann ich. Wie super-Spiel. Die Team Melenka ist, was I think, es ist Hardcore, it seems that your next target is me, just bring it. Okay? Jetzt kommt die. You are really stupid, you came all the way out here just to be beaten. Well, here is a little best for you. Hi guys, come on down here and get, and greet your friend. Oh, scheisse. Hey, jetzt kommen die Boys. Okay, Handicap Match. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wollte ich gar nicht. Aber, vielleicht hilft es etwas wohl. Ah! Das wollte ich! Go ahead! Ja, das ist so cool! Ja, da kann ich raus. Ah, fuck die doch! Och, du schmierde! He he he! Yay! Oh. Oh! 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 Komm komm! Nein, nein nein! Komm, komm! Nein! Er blockt immer! Komm, nein nein! Komm jetzt! Jetzt! Ah, jetzt habe ich einen Baum! So! So! Ja jetzt komm! Oh shit! Boom! Ah ah! Zeige, ich habe schon noch ein Umfeld. Eeeep! Eeeep! Hohoho! Sohoho! Ja! Ich habe schon mal einen Finisher gegen Takakuguba. Oh, scheiße! Ah, da gibt er noch einen! Schau, schau, schau! Boom! Boom! One! Was? One! Nein, 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 nein! Rausen, raus, raus, ich will raus! Rausen, raus, raus! Ah, schön! Ich glaube, ich habe... Ich habe... Oh, da... Oh, da... Oh, shit! Schöner... Schöner went! ... 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 Verlaublich, Hardcore, fucking Holly, eine Legende, der beste Wrestler ever, scheiss auf Hulk Hogan, scheiss auf Undertaker, der Hardcore Holly, ist es, der beste Mann, der schönste Mann, der coolste Mann. Oh, ich bin fast am durchdrehen, weil ich geopfert habe, ich hatte eine halbe Stunde einen Match, aber schaut euch das an, das ist ein Highlight, das ist ein verdammtes Highlight, BAM, BAM, jetzt mache ich noch ein wenig Geräusch, yeah, ungeheuer Freude, ich bin wirklich fast ein wenig kaputt von meinen Tränen, schaue in die Kamera rein, scheisse, jetzt sage ich irgendetwas, was niemand versteht, ich sage eigentlich nur eins, ihr könnt natürlich selbstverständlich weiterhin diesen Channel schauen, ihr könnt diesen Channel abonnieren, jetzt kommt ihr noch so eine Musik, dann könnt ihr dort auf den Knopf drücken, eine verdammte geile Sache, der Hardcore, der kommt wieder her, der kommt wieder, der ist wieder positiv im Start, also, euer Marc, euer BAMG. Ausatmungen 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 Bis zum nächsten Mal.